Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zum Vortrag zur Einführung in das Patentrecht. Mein Name ist Gerhard Kalecek, ich arbeite als technischer Prüfer am österreichischen Patentamt und ich möchte Ihnen heute einen kompakten Überblick darüber geben, was ein Patent ist, welche Schutzwirkung ein Patent entfaltet, welche Voraussetzungen es für seine Erteilung gibt und was eigentlich so der Sinn des Patentwesens ist. Um ein Patent einzuordnen, gebe ich einen Überblick über die verschiedenen Arten der gewerblichen Schutzrechte, die wir am österreichischen Patentamt erteilen oder registrieren und das erkläre ich Ihnen am Beispiel eines Fahrzeugs. Wir am österreichischen Patentamt registrieren Marken. Marken dienen zur Unterscheidung und Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Bei einem Fahrzeug wäre zum Beispiel der Modellname schützbar. Weiters gibt es den Musterschutz, auch Design genannt. Mit einem Muster schützt man die ästhetische Erscheinungsform eines Erzeugnisses. Bei einem Fahrzeug wäre beispielsweise die Form der Frontscheinwerfer oder die Form der Kotflügel durch den Musterschutz schützbar. Im heutigen Vortrag wird es sich um das Patent drehen. Ein Patent ist ein Schutz für eine technische Erfindung. Am Beispiel eines Fahrzeugs wäre zum Beispiel ein Verfahren zur Herstellung einer besonders schlagfesten Windschutzscheibe patentfähig. Und dieses Patent ist kein positives Benutzungsrecht für die Erfindung, sondern ein negatives Ausschlussrecht. Das heißt, mit einem Patent kann man Dritte von der Verwertung der Erfindung ausschließen. Ein Patent ist territorial begrenzt. Das heißt, ein österreichisches Patent, das am österreichischen Patentamt erteilt wird, gilt nur auf dem österreichischen Staatsgebiet. Und gleichzeitig ist ein Patent auch zeitlich begrenzt, mit einer Höchstdauer von 20 Jahren ab dem Anmeldetag. Zur Schutzwirkung eines Patents. Wie schon gesagt, berechtigt ein Patent den Inhaber dazu, ausschließlich die Erfindung zu nutzen. Und was man unter Nutzung verstehen kann, ist im Patentgesetz aufgelistet. Und zwar kann der Patentinhaber jeden anderen davon ausschließen, den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, zum Verkauf anzubieten, zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken zu importieren oder zu besitzen. Und das Ganze unter der Voraussetzung der Betriebsmäßigkeit. Das heißt, jedermann kann eine durch ein Patent geschützte Erfindung privat nutzen, aber nicht kommerziell. Durch ein Patent hat der Inhaber ein starkes Werkzeug in der Hand. Was sind jetzt die Voraussetzungen, um so ein Patent zu erlangen? Die Voraussetzungen dafür sind gleich zu Beginn des Patentgesetzes geregelt. Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik auf Antrag erteilt. Das heißt, eine Erfindung muss einen technischen Charakter haben. Das Patentgesetz definiert nicht, was ein technischer Charakter ist, aber es gibt eine Ausschlussliste, was nicht als technisch verstanden wird. Eine weitere Voraussetzung ist die Neuheit. Eine Erfindung muss neu sein. Das heißt, sie darf nicht zum bekannten Stand der Technik gehören. Und was der Stand der Technik ist, ist ebenso im Patentgesetz geregelt. Der Stand der Technik ist alles, was der Öffentlichkeit auf irgendeine Art und Weise, sei es schriftlich oder mündlich, zugänglich gemacht wurde. Und die Öffentlichkeit wird dabei als unbestimmter Personenkreis definiert. In diesem Zusammenhang muss man auch darauf aufpassen, dass auch eigene Veröffentlichungen den Stand der Technik bereichern. Und damit man sich selbst einer eigenen Patentanmeldung im Weg stehen kann. Wenn man beispielsweise schon seine eigene Erfindung in einem wissenschaftlichen Artikel beschreibt oder Werbematerial dafür produziert und hier die Merkmale der Erfindung beschreibt. Das heißt, wenn man plant, eine Patentanmeldung zu machen, ist es sehr wichtig, vor der Anmeldung auf Geheimhaltung zu achten. Eine weitere Voraussetzung ist, dass eine Erfindung, wie der Name schon schließen lässt, erfinderisch sein muss. Das ist nicht so leicht erklärt wie die Neuheit. Erfinderisch bedeutet, dass sich eine Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik für einen Fachmann ergeben kann. Das könnte man an einem Beispiel einer Kaffeetasse erklären. Angenommen, jemand meldet eine Kaffeetasse an, deren Henkel gummiert ist, um so eine gewisse Rutschfestigkeit sicherzustellen. Wenn nun der bekannte Stand der Technik eine Kaffeetasse mit einem herkömmlichen Henkel zeigt und auf der anderen Seite der Stand der Technik Gummierungen bei Griffen, beispielsweise bei Bratpfannen zeigt, wäre es für einen Fachmann naheliegend, diese beiden Merkmale zu kombinieren und so zum Gegenstand der Erfindung zu kommen. Die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit hat den Sinn, dass hier nicht einfach Trivial-Patente vergeben werden, die rein handwerkliche Maßnahmen betreffen. Eine weitere Voraussetzung ist die gewerbliche Anwendbarkeit. Ein Gegenstand ist dann gewerblich anwendbar, wenn er auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Es muss hier lediglich die Möglichkeit dazu bestehen. Es ist keine Voraussetzung, dass das auch so genutzt wird. Eine weitere Voraussetzung ist die Offenbarung. Das ist ebenso im Patentgesetz definiert und zwar muss eine Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig offenbart sein, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Als Fachmann nimmt man, wie bei der erfinderischen Tätigkeit, eine fiktive Person an, die den ganzen Stand der Technik kennt, aber lediglich durchschnittliche Fähigkeiten besitzt. Das heißt, in ihrem Tun nicht erfinderisch tätig werden kann. Und so muss es für diesen fiktiven Fachmann möglich sein, unter Zuhilfenahme des Inhalts der Anmeldung, nämlich was bei der Patentanmeldung an Beschreibung eingereicht wird und seinem allgemeinen Fachwissen und dem bekannten Stand der Technik dazu in der Lage sein, die Erfindung nachzuarbeiten und auszuführen. Die Voraussetzung der Offenbarung führt viele Erfinder schon im Vorhinein zur Frage, macht eine Patentanmeldung Sinn oder soll man die eigene Erfindung lieber als Geschäftsgeheimnis geheim halten? Aber zu dieser Fragestellung später noch mehr. Wie schon vorher angesprochen, definiert das Patentgesetz eine Liste an Dingen, die nicht als Erfindung angesehen werden, weil sie nicht technisch sind. Darunter fallen beispielsweise Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden. Und diese Liste gilt für diese Dinge, falls für sie als solcher Schutz begehrt wird. Was bedeutet das? Es ist zum Beispiel eine mathematische Methode zum Lösen von Differenzialgleichungen als solche nicht patentierbar. Wenn diese mathematische Methode aber in einem technischen Zusammenhang verwendet wird, beispielsweise in einem Bordcomputer eines Flugzeugs, dann ist das durchaus patentfähig. Zu den Entdeckungen, genauso wäre die Röntgenstrahlung nicht patentierbar, die Verwendung der Röntgenstrahlung in einem technischen Gerät, beispielsweise in einem Röntgengerät, aber durchaus patentfähig. Weiters sind nicht patentierbar Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten. Das betrifft beispielsweise Management- und Marketingmethoden. Und genauso die Wiedergabe von Informationen, z.B. die Anordnung von Icons auf einem Bildschirm, wenn für sie als solche Schutz begehrt wird. Diese Dinge muss man immer in einen technischen Zusammenhang setzen, um zum Patentschutz zu kommen. Weiters gibt es auch Ausnahmen von Patentschutz. Es gibt eine Liste an Dingen, die durchaus technisch, neu und erfinderisch sein kann, aber aus verschiedenen Überlegungen, ethische und moralische Überlegungen, nicht patentfähig sind. Patente werden deshalb nicht erteilt für Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Das betrifft beispielsweise biotechnologische Erfindungen, wie z.B. Verfahren zum Klonen von Menschen oder auch die Verwendung von menschlichen Embryonen. Weiters sind auch chirurgische oder therapeutische Behandlungsverfahren am tierischen und menschlichen Körper, nicht patentfähig und auch Pflanzensorten und Tierrassen. Ich habe hier über das Patent gesprochen. Bei uns am Patentamt gibt es aber auch noch ein weiteres Schutzrecht, um technische Erfindungen zu schützen, nämlich das Gebrauchsmuster. Ein Gebrauchsmuster ist ebenso wie ein Patent ein Schutz für technische Erfindungen. Es gibt beim Gebrauchsmuster aber Unterschiede, vor allem das Verfahren betreffend. Und zwar wird ein Gebrauchsmuster auch dann registriert, wenn sich während der Gesetzmäßigkeitsprüfung, die wir im Patentamt durchführen, herausstellt, dass die Erfindung nicht neu oder nicht erfinderisch ist. Das führt zu einem rascheren Schutz, allerdings ist ein Gebrauchsmuster dann auch leichter anfechtbar. Ein weiterer Unterschied des Gebrauchsmusters ist, dass die Höchstdauer auf zehn Jahre begrenzt ist. Noch ein paar Worte zu den weiteren Zuständigkeiten bei uns am Patentamt. Wie schon gerade angesprochen, sind wir für Anfechtungsverfahren zuständig. Es können erteilte Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster von jedermann angefochten werden. Das heißt, jedermann kann einen Antrag auf Widerruf oder nichtliche Erklärung eines Patents oder Gebrauchsmusters stellen. Um ein aufrechtes Schutzrecht eines anderen zu widerrufen oder nichtig zu erklären, müssen verschiedene Gründe vorliegen, die der Antragsteller vorbringen muss. Zu diesen Gründen zählen beispielsweise, dass die Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung gar nicht neu war oder auch nicht erfinderisch ist. Eine weitere Zuständigkeit bei uns sind Recherchen zum Stand der Technik oder Gutachten darüber, ob eine patentierbare Erfindung vorliegt. Des Weiteren bieten wir auch eine große Reihe an Services und Informationsleistungen an, insbesondere auch für Studierende, Gründer und Startups. Die Liste dieser Services und Dienstleistungen können Sie gerne unserer Homepage entnehmen. Nun zum Ziel des Patentwesens. Das Patentwesen soll einen Interessensausgleich zwischen dem Erfinder oder der Erfinderin und der Öffentlichkeit herstellen. Der Erfinder soll für die Erfindung belohnt werden und auch angesporrt werden, weiterhin Erfindere stetig zu werden. Diesen Ansporn erhält er durch das Ausschließungsrecht. Er zeigt die Offenbarung der Erfindung. Das heißt, die Öffentlichkeit sieht, wie Technologien funktionieren. Dadurch wird der technologische Fortschritt gefördert. Die Öffentlichkeit bekommt Ideen, wie man andere Lösungen für technische Probleme finden kann. Und nach Ablauf des Patentschutzes, der im Übrigen auch vor 20 Jahren stattfinden kann, steht die Technologie jedermann zur Verfügung. Abschließend möchte ich noch dem Patent- und Gebrauchsmusterschutz anderen möglichen Schutzstrategien gegenüberstellen. Eine Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung führt nach einer Erteilung zu einer klar definierten Schutzwirkung und ist ein vor den österreichischen Gerichten durchsetzbares Recht. Eine Patentanmeldung ist allerdings zeitlich und territorial begrenzt. Das heißt, nach 20 Jahren steht diese Technologie jedermann zur Verfügung. Gleichzeitig fallen auch mit einer Anmeldung und mit anwaltlicher Vertretung Kosten an und die Patentanmeldung führt zu einer Veröffentlichung der Technologie. Eine andere mögliche Schutzstrategie ist das Geschäftsgeheimnis. Ein Geschäftsgeheimnis findet keine Veröffentlichung der Technologie statt. Es ist aber mit einem hohen Aufwand verbunden, laufend diese Geheimhaltung zu wahren und es ist auch ein Risiko gegeben, dass diese Geheimhaltung irgendwann einmal nicht mehr aufrecht ist. Hier muss abgewogen werden, was zielführender ist. Die Geheimhaltung ist beispielsweise nur für Produkte umsetzbar, die man nicht reingenieren kann. Eine weitere mögliche Schutzstrategie ist die defensive Publikation. Eine defensive Publikation ist eine bewusste Veröffentlichung der eigenen Technologie, sodass eine Patentierung durch die Konkurrenz nicht mehr möglich ist. Damit sind sehr geringe Kosten verbunden. Es gibt allerdings dadurch keinen Schutz der Technologie. Eine defensive Publikation ist daher eher für Nebentechnologien relevant und nicht für das Kerngeschäft. Ich hoffe, dass Sie durch diesen Vortrag einen Überblick über das Patentwesen bekommen haben. Sie haben bestimmt noch weitere Fragen, mit denen Sie sich gerne an uns wenden können. Sie können persönlich bei uns vorsprechen, Sie können anrufen oder Sie können sich auch auf unserer Homepage informieren. Herzlichen Dank!